was geht leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen spontanen video erstmal eine sache vorne weg ihr seht schon eine andere perspektive als sonst ich hatte einfach mal gerade irgendwie bock was neues auszuprobieren schreibt mir gerne in die kommentare findet ihr das geil findet ihr das weniger geil soll ich sonst noch mal eine andere art irgendwie ausprobieren haut in die kommentare und ja heute geht es um das brandneue pokémon set von karmes in purpur in der besonderen 151 edition wie auch immer ich habe jetzt hier die ordner collection mir als erstes gekauft das ist wie so ein starter set wie es immer früher auch bei den ganzen fußballkarten und starbox karten zum beispiel forster tags und so auch gab das finde ich immer so ganz lustig mit den ordner geschichten deswegen habe ich gedacht nehme ich das auch so wieder ich bin ja eigentlich kein großer pokémon sammler aber dieses set ist es genau wie bei den 25 anniversary von yugioh ich feiere das einfach und deswegen weil ich ja auch schon ja zu yugioh was gebracht habe wollte ich nun auch hier einmal was kleines aber feines bringen wir schauen uns heute diese ordner kollektionen bestehen eben aus dem ordner und viel dieser booster mit jeweils zehn karten das ganze hat mich jetzt 35 euro gekostet ja durch den ordner ist ein bisschen teurer wir schauen da jetzt einfach mal rein und ja ich würde sagen let's go so man macht das hier an der seite auf dann kann man das so rausziehen das pack ich zur seite hier sind die vier booster drin die pack ich auch mal kurz weg und wir schauen uns den ordner an und lacker mir schaut euch das ja das ist voll qualitativ hochwertig also ich bin gerade sowas von positiv überrascht ich dachte du kriegst so ein richtiges plastik pet ding also wirklich das billigste vom billigsten aber das ist ja mega hochwertig warum gab es sowas für yugioh nicht das hätte so geilen ausgesehen hätte das ist auch irgendwie mit yugioh und kaiba drauf oder so wo also leute ich dachte ich mache so ein kleines feines video hier so ganz entspannt dass hier sowas krasses bei rum kommt hey richtig geil das sieht so gut aus leute also das ist auch so eine richtige gummierung die du hier mit drauf hast und auch dieses stoff band und so mega geil wir machen das mal auf und das pack ich zur seite und hier kann man halt dann eben vor allem auch in schwarz ist so edel genau das sind jetzt insgesamt 20 seiten die man beidseitig mit jenen neuen karten packen kann also mehr als genug platz für das set mega geil ich bin gespannt drauf und das macht mich gerade nur noch so verrückter darauf im positiven sinne dieses set irgendwie zu komplementieren mega geil pack ich zur seite und nun schauen uns die booster an so dann machen wir jetzt mal das erste pack auf die sind echt schwierig auf zu kriegen muss ich sagen ich weiß nicht ob das der pokémon schon immer so krass war muss auch dazu sagen das sind echt tatsächlich meine allerersten pokémon booster die ich bewusst aufmache weil als kind ich war halt wieder schon immer mehr jugend pokémon war mehr mein bruder ich hatte zwar ein paar karten aber halt nie groß als booster gekauft deswegen ich bin mal gespannt so erstmal haben wir hier so eine komische karte keine ahnung für was das ist so mega geil wir drehen das ganze jetzt einfach mal um weil ich habe keine ahnung wo wie was liegt wie gesagt zehn karten ich bin mal gespannt drauf für mich ist es jetzt einfach das feeling die pokémon meiner kindheit noch mal so zu sehen so wir haben hier einmal evoli dann haben wir domfossil das sagt mir tatsächlich gar nichts dann haben wir horn liu der liest doch mein mega süß der die wie auch immer coole karte zu bad bohr krass also alle 151 sind hier drin aber in dem neuen artwork wie sie halt jetzt in der aktuellen kanto region zu finden sein würden jetzt wie auch immer ihr wisst was ich mein so dann haben wir akarni richtig cooles pokémon sieht mega gut aus so dann haben wir ten toxa auch nicht schlecht ich versuche ja eigentlich euch das so ein bisschen zu ersparen wir wissen schon dass irgendwas goldenes gleich kommt aber die kleben so krass aneinander dann haben wir relaxo mega cool gibt es ja auch ein pack von wo man den dann irgendwie als holo bekommt ich weiß gar nicht wie man das bei pokémon nennt deswegen ich bin bei pokémon eigentlich total raus das ist rein das hg faktor hier dann elektric und das sieht doch schon mal richtig geil aus auch mit diesem holo effekt vom hintergrund richtig geile sache dann würde ich sagen packen wir mal den zur seite dann haben wir ach das sind dann immer so holos die man hier kriegt nidorina sieht auch nicht schlecht aus ich finde vor allem die farbe ziemlich geil und das bild ist auch nice to have so und was haben wir denn hier bibor also doch nichts goldenes sah erst tatsächlich ein bisschen so aus aber ist eine geile karte sieht gut aus nicht schlecht geile sache dann lege ich die jetzt hier einmal nach hinten an die warte wir haben noch eine karte da ist ja noch eine und zwar eine energie karte also ein bisschen gold ist es ja tatsächlich also habe ich ja doch nicht falsch gelegen nicht schlecht okay dann machen wir das jetzt so hier eine basis karte dann haben wir hier bibor hin dann elektric und bei ihm hier weiß ich gerade gar nicht der glänzt irgendwie weniger als der hier i don't know ich denke mal das sind so zwei art wie ja das wäre ja nicht ne also das wäre bei jugio ein bisschen anders ich weiß nicht ob ich das vergleichen kann aber so eine art secret dann halt so eine holo also so eine ultra in dem sinne und das sind so super rares oder so so packen wir es zur seite und machen das nächste booster pack auf so dann schauen wir hier mal rein ziehen die karten vorsichtig raus wieder diese karte die hier wegkommt so dann haben wir hier was haben wir jetzt gesagt vier karten sind das also die letzten vier die legen wir zur seite drehen erst mal die anderen um und schauen uns die an goldini dann haben wir ultrigaria auch mega cooles pokémon wie ich fände es sah schon immer mega aus dann nebulak auch ein sehr cooles pokémon kann mich auch noch daran erinnern parras es sind so coole artworks ich bin ja ein design freak was sowas angeht und das ist schon für mich richtig cool dass sie hier alle neue designs bekommen haben sandama auch mega geil bisher immer verschiedene die wir bisher hatten nidorio hatten wir ja glaube ich schon einmal also die erste doppelte karte und wir haben entoron ich wusste gar nicht dass entorn eine weiterentwicklung hat nicht mehr auf dem schirm gehabt okay also die erste die doppelt ist die lege ich mal extra und nun schauen wir uns die besonderen karten an da haben wir da haben wir eine basis karte aber irgendwie ohne holo effekt das ist ja schade das heißt die letzte karte scheint immer eine energie karte zu sein und entweder sie hat einen holo effekt oder halt nicht so das dritte booster pack die hälfte hammer schon wie gesagt soll ja auch erstmal nur eine einstimmung sein auf die herbstzeit mit pokémon hier also ich werde mir auf jeden fall noch mal ein zwei sets kaufen wie in welcher konstellation weiß ich noch nicht aber es macht echt laune gefällt mir richtig gut so selbe spiel noch mal von hinten wieder die letzten vier die ich zur seite lege und dann drehen wir wieder um und haben purigorn als erstes dann elektek die zweite doppelte karte wobei ja auch nicht richtig ne also jetzt haben wir tentoxa und elektek als komon ich nenne es jetzt einfach mal so als auch als super rare wie auch immer ähm schreibt mir gerne in die kommentare wie es bei pokémon heißt ich bin da halt so raus ähm smogon auch mega geil und ich finde diese farbe ähm mega cool von den monstern also ähm dieser schatten finsternis wie nennt man das denn das ist ja hypno also haha also hypnose pokémon ne so also diese lilanen ach komm ich bin echt zu lange raus ihr wisst was ich meine äh mega geil auf jeden fall dann haben wir tangela georock also man muss teilweise echt zweimal hingucken wenn man dann erst wieder überlegt ach ja das war das und das pokémon was man noch vom k als original cover im kopf hat so und dann haben wir eine trainer karte ein greifarm auch nice und wir haben hier kingler auch sehr sehr geil also wir haben bisher hier echt nur eine doppelte so richtig doppelte ähm weil ich glaube das hier zählt nicht als doppelt sondern das ist einfach halt ne du hast basic karten und dann nochmal welche in holo ähm aber die gehören halt dazu weil du hast ja mehr als 151 karten in diesem set weil dann kommt noch die trainer karten dazu plus halt dann eben ich glaube die die halt auch extra noch mal als holo sind oder so so dann drehen wir hier wieder um und wow 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 was haben wir denn hier kaputops mega cool geile geschichte gefällt mir packen wir zur seite dann haben wir schlurp den kämpft man auch noch das ist ja mein mega geiles cover das ist so eine kombination aus kelpie und joshi so hauen wir hier mit hin dann reichu oh mein gott guckt euch dieses cover an oh mein gott das ist meine neue lieblingskarte heilige guckt euch das mal an geil mir geht es halt wirklich nicht um irgendwelche ob die jetzt selten ist oder nicht wie auch immer aber das sieht so geil aus ich muss mir gleich unbedingt noch hüllen raussuchen es gibt noch ein set ich weiß aber nicht welches das ist ob es auch bei einem relaxus set zum beispiel ist da sind noch hüllen mit drin mit dem passenden design die will ich auf jeden fall auch noch haben dann lege ich das mal dahin und ich habe hier nochmal eine basis energie karte dieselbe wie hier nur diesmal auch ohne holo schade dass wir hier nur gerade bisher eine trainer karte in holo effekt haben aber reichu heftig dafür hat sich das set jetzt schon gelohnt ich meine es ist nicht pikachu das wäre jetzt richtig geisteskrank wenn ich hier irgendeinen pikachu drin habe egal jetzt in welcher art und form wäre noch mega cool ähm oder richtung lurag oder so aber ich glaube es halt nicht das werden wir vielleicht dann eher mal bei einem größeren set haben aber nun mache ich noch das letzte booster pack auf so also echt diese booster pack ich habe noch nie so schlimme booster packs gehabt deswegen mache ich immer so einen cut weil sonst seht ihr wie bescheuert ich mich hier anstelle so ähm machen wir nun das letzte booster pack auf das kommt wieder zur seite eins zwei drei vier die legen wir jetzt erstmal hier wieder mit drauf damit da nichts mit passiert und drehen das ganze um und wir haben Slimer mega nice dann haben wir Anton mega cool der sieht geil aus ich mag einfach solche fröhlichen covers man braucht was positives in seinem leben habe ich gehört dann hat man äh rettan wir haben Tragosso ey so ein cooles cover also das ist mein zweiter favorit hier nach Raichu also ich mag ja dieses so weltraum technische und so und alles was so mystisch ein bisschen ist und das gehört einfach dazu ich finde das mega geil ähm den lege ich auch mal ganz kurz extra mega geile Sache dann haben wir hier noch eine Trainerkarte Energie Sticker wie sind die hier eigentlich aufgebaut ich gucke mir das jetzt mal kurz an wirf eine Münze lege bei Kopf eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an okay ich müsste mich auch echt nochmal in äh in die Regeln reinlesen spielt man das noch so wie früher ich bin da so raus also ich habe Pokémon noch nie groß gespielt ähm aber da hat sich doch bestimmt wie bei Yu-Gi-Oh auch einiges verändert oder so Rizeros aua krass und Kokowai wie cool vor allem was mich freut ist dass wir nur eine einzige doppelte haben und sonst schon echt viele verschiedene sowas feiere ich ich hatte echt ein bisschen Schiss beim Kauf dass sich das nicht lohnt ähm aber bisher bin ich mega zufrieden so wir haben hier wuuu Snowbilly Card mega schick die haben was also gehört das zum Thema Licht oder so die sehen auf jeden Fall mega aus ich blicke nur nicht immer zwischen die ersten und der zweiten gehören die praktisch von der Rare also vom Seltenheitswert zur selben Sache weil ich sehe da jetzt keinen Unterschied also ne bis auf dass es klar verschiedene Pokémon sind aber das sind jetzt nicht verschiedene Holokarten ach und da unten stehen die Nummern dran fällt mir auch jetzt erst auf tatsächlich wir haben Blutzuck solange kein zu hohen Blutzucker hat so und Dragoran oh mein Gott schon wieder so eine krasse Karte was ist das für ein also da bin ich ehrlich kenne ich nicht gab es das früher auch schon ja ich stelle mich heute doof an freut euch die die sich kennen die werden sich jetzt einen Tod lachen mit diesem Video viel Spaß dabei aber ich bin da ja wirklich raus ähm aber saugeil kommt hier nochmal eine seltene ja es glitzert ne es glitzert nicht ach schade die in Holo wäre auch noch mega geil gewesen aber Dragoran und Raichu sind ja mal sowas von zwei mega geile Karten haben wir die Nummer 26 und die 149 also oh mein Gott das ist so geil eine Sache will ich nochmal kurz überprüfen ich lege die vorsichtig hier nochmal ab wir haben ja jetzt hier Ten Toxa nehmen wir mal als Beispiel das ist die Nummer 73 und ähm hatten den er jetzt hier auch drin hat er hier dann dieselbe Nummer wo hatten wir den denn dann hier ja tatsächlich er hat die Nummer 73 das heißt es zählt nicht ich meine klar dass er jetzt nichts äh ja wie wie soll ich sagen ich dachte eigentlich ähm vielleicht okay es sind zwar 151 aber es sind ja insgesamt 165 Karten hier drin aber dann ist das tatsächlich so dass die Holos nicht dazu zählen sondern alle Holo Karten in welcher Art auch immer auch so existieren man da durch geht und ähm also nicht jede Common Karte ne ist jetzt als Holo drin aber einige davon und dass es trotzdem nur 165 verschiedene Karten sind aber es gibt mehr als 165 Karten jetzt in dem Sinne oder habe ich das jetzt richtig gesagt also es gibt 165 verschiedene 151 davon an Pokémon und der Rest sind so Energie- und Trainerkarten aber trotzdem gibt es mehr als 165 Karten weil es halt eben noch diese ganzen Glitzerkarten also Holo-Karten gibt das müsste jetzt doch richtig sein oder denke mal schon aber auf jeden Fall eine mega geile Sache also für die ersten vier Sets freut mich das richtig wir haben wirklich nur Nidorino hier äh doppelt gezogen sonst ist tatsächlich alles gleich und das freut mich doch wirklich sehr wie findet ihr unsere erste Ausbeute auch hier Snoobili Cut finde ich sieht mega cool aus gefällt mir richtig gut und ja schreibt mir gerne in die Kommentare wie ihr diese Ausbeutung hier fandet wünscht ihr euch noch in Zukunft nochmal ein weiteres Video so ein Unpacked Video von Pokémon Karten und eventuell nochmal von dem einen oder anderen Yu-Gi-Oh! Display ähm ich werde wahrscheinlich nicht zu allen was machen können aber ähm vielleicht nochmal zu ein zwei Sets ähm und ja einfach mal gucken schreibt es mir in die Kommentare ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder haut rein Leute bis dann und ciao weil す oh dad f f f f f f f Untertitelung des ZDF für funk, 2017